Kroatien... Könnt ihr ganz kurz sagen, von wo ihr Kummers jetzt? Aus der Schweiz, gell? Aus der Schweiz, genau. Mit einem Radl aus der Schweiz. Wie in Kroatien. Geil. Super, danke. Schönen Tag. So, wir haben da einen kleinen Ofen. Ja, da muss ich noch... Ach so, bitte? Ja. Immer warm. Ja. 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 Ja.